Herzlich Willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich bin Theresa und wir besprechen heute eines eurer Lieblingsthemen und das sind Verben mit Präfixen. Und heute besprechen wir ein paar Verben mit dem Präfix ab, die du so vielleicht noch nicht gehört hast. Also zum Beispiel abwägen, abgleichen, abblättern und so weiter. Ich zeige dir einige Beispiele und zeige dir ganz genau, was die Verben bedeuten. Also, lass uns direkt starten. Let's go! Das Präfix ab kann im Deutschen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, welchem Verb es auch vorangestellt wird. Ganz allgemein bedeutet es aber meistens, dass eine Handlung abgeschlossen oder auch teilweise abgeschlossen ist. Also, du kennst das zum Beispiel von dem Verb abschließen. Es kann aber auch die Richtung oder die Bewegung nach unten bedeuten. Also, von etwas weg. Also, zum Beispiel das Verb abfallen bedeutet, dass Blätter vom Baum abfallen. Sie fallen runter. Abfallen. Ab kann aber auch eine Veränderung oder Entfernung signalisieren. Also, du kennst zum Beispiel das Verb abnehmen. Kann verschiedene Bedeutungen haben, aber im Kontext von Gewicht verlieren bedeutet das ja eine Veränderung. Wenn du Gewicht verlierst, dann verändert sich auch deine Figur. Also, deshalb abnehmen. Schauen wir uns jetzt einmal ein paar Verben genauer an. Ich habe 15 Verben für dich mitgebracht und deswegen verlieren wir keine Zeit. Los geht's mit dem ersten Verb und das ist abfüllen. Ich starte direkt mit einem Beispielsatz. Ich habe den Saft in Flaschen abgefüllt. Du kannst ja einmal testen, ob du die Bedeutung vielleicht auch erahnen kannst durch den Beispielsatz. Ich habe den Saft in Flaschen abgefüllt. Abfüllen bedeutet also, dass du eine Flüssigkeit oder eine Substanz in einem Behälter oder in eine Verpackung gibst, bis diese voll ist. Also, den Saft in die Flasche abfüllen. Das heißt, du füllst oder du gibst den Saft in die Flasche, bis die Flasche voll ist. Das ist abfüllen. Ich gebe dir noch zwei weitere Beispielsätze, damit die Bedeutung klarer für dich wird. Die Arbeiter haben das Öl in die Maschinen abgefüllt. In die Maschinen abfüllen. Also, du siehst schon, dass das Verb abfüllen mit der Präposition in kommt. Ich fülle eine Flüssigkeit, eine Substanz in etwas ab. In eine Flasche abfüllen oder hier in die Maschinen abfüllen. Ein anderer Beispielsatz. Sie füllte die Gläser mit Marmelade ab. Also, hier liegt der Fokus eher auf die Substanz, die du da einfüllst. Deshalb sagst du hier, sie füllte die Gläser mit Marmelade ab. Verb Nummer zwei ist abblättern. Ein Beispiel. Abblättern beschreibt also einen Prozess, bei dem sich eine dünne Schicht oder eine Oberfläche von einer Hauptoberfläche ablöst. Also, meistens geht es da um Farbe oder Lacke zum Beispiel. Ein anderes Beispiel. Nach ein paar Tagen blättert der Nagellack ab. Also, wenn du Farbe auf den Fingern hast, auf den Fingernägeln, der Nagellack, der kann nach ein paar Tagen abblättern. Die Schicht löst sich. Die Schicht geht ab. Oder, die alte Farbe an der Holztür blättert langsam ab. Die alte Farbe an der Holztür blättert langsam ab. Machen wir weiter mit Verb Nummer drei und das ist ablaufen. Ein Beispielsatz. Ablaufen bedeutet also, dass sich etwas einem Ende nähert oder eine gewisse Zeitspanne zu Ende geht. Ein anderes Beispiel. Der Vertrag läuft in zwei Monaten ab. Er läuft ab. Also, die Zeit des Vertrags ist zu Ende. In zwei Monaten. Man kann das Verb ablaufen auch mit Lebensmittel kombinieren. Also, es gibt ja bei Lebensmitteln Mindesthaltbarkeitsdaten. Also, das Datum, das notiert ist auf der Verpackung. Dann kannst du zum Beispiel sagen, der Käse läuft in drei Tagen ab. Der Käse läuft in drei Tagen ab. Verb Nummer vier. Da bin ich gespannt, ob du das schon mal gehört hast. Und das ist Abpausen. Sie hat das Bild abgepaust, um die Konturen zu übertragen. Sie hat das Bild abgepaust, um die Konturen zu übertragen. Abpausen bedeutet, eine Vorlage auf ein anderes Material zu legen, um dann die Umrisse oder Linien nachzuziehen. Also, um das zu kopieren. Das hat man zum Beispiel als Kind häufiger gemacht, dass man ein dünnes Blatt Papier auf ein Motiv gelegt hat und zum Beispiel mit einem Bleistift das Ganze umfahren, umrandet hat. Und das nennt man Abpausen. Das hat also nichts mit einer Pause zu tun, sondern es bedeutet eben dieses Nachziehen, dieses Kopieren. Du kannst also zum Beispiel fragen, hast du das Bild selbst gemalt oder nur abgepaust? Oder zum Beispiel, die Kinder haben die Blumenmuster auf Papier abgepaust. Verb Nummer fünf ist abduschen. Du kennst bestimmt duschen, aber was ist der Unterschied zu abduschen? Ein Beispielsatz. Abduschen meint im Gegensatz zu duschen einfach den schnellen Prozess, sich unter der Dusche zu reinigen oder zu waschen. Und oft machst du das nach bestimmten sportlichen Tätigkeiten. Oder wenn du zum Beispiel jetzt im Sommer den ganzen Tag mit Sonnencreme auf dem Körper verbracht hast, dann sagst du am Abend, ich muss mich noch schnell abduschen, bevor ich ins Bett gehe zum Beispiel. Also du willst dich einfach nur kurz unter der Dusche reinigen. Ein anderes Beispiel ist, ich dusche mich nach dem Sport kurz ab. Wenn du viel geschwitzt hast, dann möchtest du dich abduschen. Nach dem Sport dusche ich mich kurz ab. Oder wenn du zum Beispiel einen ganzen Tag am Strand verbracht hast und dich vielleicht selbst paniert hast wie ein Schnitzel im Sand, dann kannst du sagen, nach dem Strandbesuch muss ich mir den Sand vom Körper abduschen. Den Sand vom Körper abduschen. Verb Nummer sechs ist abdrehen. Abdrehen. Ein Beispielsatz. Das Wasser tropft. Hast du den Wasserhahn nicht abgedreht? Abdrehen bedeutet also etwas drehen, um etwas zu schließen oder abzuschalten, zu verriegeln. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich glaube, jemand hat den Strom abgedreht. Also wenn du plötzlich keinen Strom mehr hast, dann kannst du das sagen. Ich glaube, jemand hat den Strom abgedreht. Also weggemacht. Oder du sagst, kannst du bitte das Radio abdrehen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Es ist zu laut. Kannst du bitte das Radio abdrehen? Also auch hier wieder die Bedeutung von ausmachen. Verb Nummer sieben ist abbeißen. Abbeißen. Sie hat ein Stück von dem Apfel abgebissen. Sie hat ein Stück von dem Apfel abgebissen. Hier haben wir auch gleich noch die Perfektform. Hat abgebissen. Und regelmäßig. Abbeißen heißt also mit den Zähnen ein Stück von etwas abtrennen oder auch abbrechen. Zum Beispiel hast du von meinem Keks abgebissen? Vielleicht fehlt ein kleines Stück. Dann kannst du fragen, hast du von meinem Keks abgebissen? Oder es gibt so Personen, und da zähle ich mich auch dazu, die, wenn sie nervös sind, an den Fingern vielleicht kauen. Dann kannst du fragen, hast du dir ein Stück von deinem Nagel abgebissen? Die Hälfte ist fast geschafft. Wir machen weiter mit Verb Nummer acht. Und das ist abkühlen. Zum Beispiel lass den Kuchen abkühlen, bevor du ihn schneidest. Abkühlen bedeutet also, dass etwas seine Hitze verliert oder eine niedrigere Temperatur erreicht. Die Suppe muss erst abkühlen, damit wir sie servieren können. Sie ist vielleicht zu heiß, wenn sie direkt aus dem Topf kommt. Also die Suppe muss erst ein bisschen abkühlen, bevor wir sie servieren können. Oder vielleicht auch eine Anweisung aus einem Rezept. Nach dem Backen müssen die Plätzchen auf dem Gitter abkühlen. Verb Nummer neun ist abzählen. Abzählen. Du kennst ja sicher das Verb lesen, also zum Beispiel ein Buch lesen, eine Zeitung lesen und so weiter. Aber ablesen bedeutet ganz speziell, dass du eine bestimmte Information von einem Display, einer Skala oder einer Tabelle herausnimmst oder herausliest. Zum Beispiel kannst du auch sagen, sie konnte die Uhrzeit nicht ablesen, weil es zu dunkel war. Ablesen kann aber auch eine andere Bedeutung haben, die meistens gar nicht so positiv ist, sondern eher negativ. Und zwar, dass du etwas nicht frei sagst, sondern etwas zum Beispiel von deinen Notizen vorliest. Also wenn ich zum Beispiel hier mein Skript ablese von diesem Video und dich nicht anschaue und nicht freispreche, dann ist das ja nicht sonderlich positiv. Also das kann auch ablesen bedeuten. Ein Skript ablesen. Verb Nummer zehn ist abtrennen. Abtrennen. Beim Einlass wurde der Code auf der Eintrittskarte abgetrennt. Abtrennen bedeutet also, ein kleines Teil von einem größeren Teil zu lösen oder zu trennen. Du kannst zum Beispiel sagen, sie trennte die Seiten von dem Notizbuch ab. Sie trennte die Seiten von dem Notizbuch ab. Oder der Vorhang trennt die Küche vom Esszimmer ab. Also wie ein Raumteiler. Der Vorhang trennte die Küche vom Esszimmer ab. Verb Nummer elf ist abwarten. Auch hier warten kennst du sicher. Also was ist der Unterschied zwischen warten und abwarten? Ein Beispielsatz. Lass uns abwarten, bis die Ergebnisse vorliegen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Abwarten bedeutet also, Geduld zu haben und eine Situation zu beobachten, bevor man eben handelt oder entscheidet. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen warten und abwarten. Abwarten bedeutet also, Geduld zu haben und eine Situation auch zu beobachten, bevor du handelst oder dich entscheidest. Zum Beispiel, wir müssen abwarten, ob das Wetter besser wird, bevor wir den Ausflug planen. Wir müssen abwarten, ob das Wetter besser wird, bevor wir den Ausflug planen. Oder er hat die medizinischen Ergebnisse abgewartet, bevor er sich Sorgen machte. Oder es gibt auf Deutsch auch eine Redewendung und die heißt abwarten und Tee trinken. Du kannst nichts machen, außer abwarten und Tee trinken. Also du kannst gerade nicht anders handeln. Du musst warten. Du musst abwarten und Tee trinken. Verb Nummer zwölf ist abändern. Ab ändern. Sie haben den Vertrag abgeändert, um die Bedingungen anzupassen. Abändern bedeutet also, etwas zu verändern oder zu modifizieren. Vor allem immer dann, wenn man etwas an neue Bedingungen anpassen möchte. Der Unterschied zu dem Verb ändern ist, dass ändern meistens bedeutet, dass etwas komplett neu gemacht wird. Wohingegen abändern bedeutet, dass nur ein kleiner Teil angepasst wird. Zum Beispiel, der Architekt hat die Baupläne abgeändert, um die Kundenwünsche zu berücksichtigen. Oder wir sollten das Programm abändern, um es an die Wetterverhältnisse anzupassen. Das bedeutet also, wir planen kein komplett neues Programm, sondern wir passen es einfach nur an. Wir modifizieren es. Verb Nummer dreizehn ist abrechnen. Abrechnen. Nach der Dienstreise muss ich meine Spesen abrechnen und die Belege einreichen. Abrechnen bedeutet also, Ausgaben zu dokumentieren. Ausgaben zum Beispiel für eine Reise oder für einen Aufenthalt. Und dann auch zu beantragen, dass man sie erstattet bekommt. Also das Geld zurückbekommt. Zum Beispiel, wenn du eine Dienstreise machst und dein Arbeitgeber dir das Geld zurückerstattet für diese Reise. Ein weiteres Beispiel ist, der Buchhalter wird die Mitarbeiter für die Überstunden abrechnen. Oder auch nach dem Urlaub müssen wir die Reisekosten abrechnen. Also das heißt, dass wir einmal unsere Transaktionen überprüfen und auch bilanzieren. Verb Nummer vierzehn und damit das vorletzte Verb ist abgleichen. Er muss die Konten abgleichen, um sicherzustellen, dass alles stimmt. Er muss die Konten abgleichen, um sicherzustellen, dass alles stimmt. Abgleichen bedeutet also, dass zwei oder auch mehrere Dinge miteinander verglichen werden, um eben Übereinstimmungen oder auch Unterschiede festzustellen und dann diese eventuellen Unstimmigkeiten auch zu korrigieren. Und das ist zum Beispiel auch der Unterschied zum Verb vergleichen. Denn abgleichen hat immer das Ziel, einen wirklichen Unterschied zu erkennen oder vielleicht auch einen Fehler zu erkennen. Zum Beispiel, die Polizei wird die Fingerabdrücke mit der Datenbank abgleichen. Oder gerade wenn es um bürokratische Angelegenheiten geht, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben und gleichen Sie sie mit den Dokumenten ab. Gleichen Sie die Angaben mit den Dokumenten ab. Und das letzte Verb mit dem Präfix ab ist abwägen. Abwägen. Er musste die Vor- und Nachteile der beiden Optionen abwägen. Abwägen bedeutet, verschiedene Faktoren oder auch Argumente sorgfältig zu vergleichen, zu überprüfen, um eben eine Entscheidung im Anschluss zu treffen oder auch eine Meinung zu bilden. Zum Beispiel, bevor du dich entscheidest, solltest du abwägen, was dir wichtiger ist. Oder bevor wir mit der Planung beginnen, wägen wir zuerst die Kosten und den Nutzen der Renovierung ab. Kennst du noch weitere Verben mit dem Präfix ab? Dann schreib sie unbedingt unten in die Kommentare. Und wir verlinken dir hier auch nochmal die Playlist mit allen Videos, die wir bisher zu den Verben mit Präfixen gemacht haben. Also schau da auch gerne vorbei. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.